die hier Halli Hallo liebe Leute um willkommen zurück zu holen es geht nach z.k. zwei Wochen nicht aufnehmen aber zocken um geht es direkt weiter wird also um Schengel ja das was gibt ich schritt gerade so quer durcheinander guter Start ist schlackt also das was ich geplant habe ist erst mal hier wegzukommen und einmal alles was sie dabei haben abzulegen es kommt nicht nach ausgleichen dann nehmen uns eine spieler Halskette rein müssen sehr gründlich und ab zur Spielhöhle so das hätte ich immer geschafft und hi 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 so das was ich geplant habe bei Wunscope ist Wunscope ist halt so Community Spiel da kannst du nicht sagen ja komm mal hey wir nehmen jetzt so auf und so die Leute kommen und gehen und das ist einer fast so geil ähm deswegen dachte ich mir ich schimpf ich ich nehme das einfach so auf wie ich es normal spielen würde halt sie kommen und gehen mit TeamSpeaks da ist auch mal ein paar Besucher am Let's Play haben so ganz natürlich halt aber auch nicht so richtig hardcore wegschweifend vom Spiel also halt so YouTube gammeln und so sondern beim Spiel bleiben aber mit Kollegen und Leuten und Freunden und weil viele Abonnenten haben schon gefragt kann ich endlich dabei sein und ich so joo kannst du bei der nächsten Aufnahme jetzt habe ich einige hergeholt und einige waren schon um und ich schreibe mal und ich nehme auf so da ist wieder einer tot fast oder nein ok ähm das was ich spielen wollte ist ähm das nennt sich gestohlene Schöpfer falls das hier überhaupt ist benutzen die sind ja das bleibt dir aber das was als erstes ich machen will sind diese Gobble-Roulette ist ja ich hatte sechs Stück ein Zeichen gemacht weil der 200 Millionen stand ich dachte ich mach das mal also bei einem ein Roulette habe ich nur noch bleibt doch wenigstens bei der Umruhe wo man sich schon einmal gemacht hat 2,5 Millionen gekauft hat zu machen bitte 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 ja kommen die Hause 200 Millionen und meinen let's place sowas von am Arsch der Welt gerettet bitte 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 Mann Leute das ist voll verarscht also wieso habe ich sechs Stück zwei Stück bekommen wir pro Tag die kann man nicht sammeln sondern sind sofort weg ich habe zwei Abenteuer gemacht ja ich erzähle euch gleich was sich was sich verändert hat einmal mit dreimal drehen wieder 200 Millionen direkt drauf drücken und das hängt auch noch nicht so ja nix nur Lampen ähm einige Runden äh einige Runden äh ich bin so voll vom Thema nur heute ähm einige Runden Kerker ich sag schon einige Runden einmal klatschen einmal klatschen so voll in die Fresse ähm einige Level Kerker konnte wir nicht gestiegen ähm Holzfällerei habe ich 80 gemacht und hab noch zwei Abenteuer gemacht halt die Fortgeschritten dann will ich erst mal off screen machen äh die Experten höchstwahrscheinlich auch danach kommen wir zu den Meistern halt die die inhaltlich gut sind mache ich ähm ähm letztlich und die die so behindert langweilig sind die letztlich nicht und danach die Großmeister das das ein Viertes komm hab ich das vorher nicht gesehen 474 ah jungen was schreiben hi youtube mich kennt ihr nicht leise ich fame geiler vielleicht ähm ähm hi youtube ich grüße lord kickstart und de iceball lp naja hi youtube ich grüße die die mich kennen oder so hi youtube mich kennt ihr nicht ich hab noch nicht mal mehr einen account amen hä hab mich schon gefragt wann bleib mal wieder was hochladen hatte ich keine folge blablabla ja ich hatte keine folgen mehr weil ich hab ne freundin jetzt und die beansprucht sehr 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 viel zeit äh schatz wenn du das fährst ist nix gegen mich ähm was machst du bleib ich rede xd 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 ok danke so leute wir haben sogar ein ts server ich zumindest wurde sogar wurde mir gerade angeboten ich bin gestohlen in der schöpfung schule sich verpassen jetzt mal hier es ist gestohlen in der schöpfung ja gestohlen in der schöpfung geht wie m sorry dass ich mir so tot ist mir erzähle ich erst wenn wir es gestohlen in der schöpfung spiel mann ich raste heute aus gestohlen in der schöpfung spielen ok so leute wm tut mir leid aber ich muss kurz ins teams wie z z z z ist das dass sie wird server ich kann mich nicht einloggen ist da ist sich das selber egal schick mal ip ja dann geh doch ich halte niemanden in meinem freundeschat fest ähm ich hab letztes mal die leute eingeladen ja jetzt gewillt ich auch noch ähm dummer gemacht ja da kommt der nächste ähm Kerkakunde ja machet machetet mach das ja leute das ist das Alltag bei mir gerade angriff ja 12.000 243 erfahrungspunkte h 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 hu ja z ja Kerker Kunde Korn Jahr aber am E.V. Allerz-Jobol Kerker Kunde Level 45 Neue Ebene Neu Landwogenfokus Neu Grafit Langschwitz Neu Grafit Degen Stollen der Gilde der Bar Bergarbeiter Ja, Ebene 23, das ist gut und neues Monster freigeschaltet, das heißt wir sind tot Äh, nein Gestohlene Schöpfung Ach stimmt, ich wollte mit den gestohlenen Schöpfungen Boah, Leute Ich schmeiß mich gleich aus dem Fenster Ähm, ich wollte sagen Was sollte ich Ich wollte die 10 auseinander Also ich wollte sagen, dass wir, dass ich mit den Leuten Gerker Kunde spielen wollte Oh so, fuck Das wollte ich ja nicht Check ihr nix, nur lol Ah, der nächste von Ah, leckt mich, Leute, ich muss erst mal Welt Fuck, ich muss erst ganz raus Wer, das tut mir jetzt mal leid Hallo? Muss man spielen? Was ist das denn? Weg Ähm, Englisch? Wie hießen das, ähm Auf Englisch Ey, komm, jetzt regt mich auf Stealing 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 Fuck, ich bin müde Ich stimme trotzdem auf, extra vor euch, weil ich überhaupt keine Aufnahmen mehr habe Ja, mein Schatz, okay, ist ja, ja, die schreibt die ganze Zeit SMS, äh, ja, okay, Schatz Das soll sie jetzt ernst nehmen, haha, mein Passwort bekommt keiner, sonst schlage ich euch alle So, World Select Ja Hier gibt's mehr Welten Stealing, 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 Crashen Member, rein, plane Ähm, wieso habe ich keine Aufnahme, keine Folgen mehr hochgelangen Seit einer Woche ungefähr, seit 5 Tagen, 6 Tagen, keine Ahnung Hier ist ja keiner Ach so, oh Gott, ich würde schon sagen Ich hätte mich jetzt geschlagen, ey Reingehen Ähm, wegen meiner Freundin, weil, darum, weil ich war ganz Zeit bei ihr Und so Und konnte nicht aufnehmen und ganz Zeit telefonieren und ich durfte nicht zocken Ja, voll Pussy, gleich Nein Egal Und noch arbeiten, ey, ich war so kaputt So, wir machen mal So, Leute, ähm, jeder, der Rulescape spielt, darf gerne in mein Freundeschat kommen Einfach auf diese zwei Köpfe, grünen Köpfe drücken Dann Mr., nein, nicht Mr. Playback Mein Name, also Rulescape, nein, Playback, ein Game Dann seid ihr hier drin Ich bin eigentlich regelmäßig on, falls meine Freundin jetzt hier nicht wieder rummuckt Und, ja, dann, gucken wir mal halt, ne, wie lange nehme ich denn auf? Seit zwölf Minuten und ich hab nix gemacht Ja, werden eigentlich mehr Leute an, wollte ich zu dem Schwarztrachen, aber Im Rulescape ändern sich Pläne schlagartig Und ich werde mich auch demnächst bemühen, alles Skills auf 70 plus zu machen 75 ist das, 70 plus, 70 plus machen Alles 70 plus, damit ich nichts mehr so look-like aussehe Ähm, das, was ich als nächstes geplant hab, war eigentlich, ähm, Gebet Level 70 Das kostet mich circa 5 Millionen Ich fand's 5, oder 3 Millionen, ja Ähm, Landwirtschaft auf 60 wenigstens Und danach jede Menge Kerkerkunde, aber da werdet ihr noch dabei sein Ähm, und hoffentlich schlackt es nicht Wenn doch, dann bin ich sowas von am Arsch Ich mach mal kurz Skype weg Skype beenden, damit es nicht so lackt So Jetzt hab ich eigentlich gar nix mehr an, außer YouTube Runescape und die Camtasia-Aufnahme Also ich, auf der U-Seite steht, mein Team Combat Levels Also alles zusammen ist 808, äh, 828, enemy, ja, 930, hat aber nichts zu bedeuten Und Skilling Levels 10.727 Das heißt, ähm, Total Levels, alles zusammengerechnet Und los geht's Raus, raus Wo kann ich eigentlich was fahren? So, das Spiel geht wie Ich hab's vergessen Also Es gibt, ähm, so Clay Class Level 1 Hier, da, Level 4 Jawohl Ah, die ersten Gegner Scheiße, jetzt schon eins Ähm, eigentlich können wir Das ist eigentlich wie Runescape Nur so gestohlene Schöpfung halt Das ist alles Lehm hier Klasse 1 bis 5 5 ist höchste, ähm, kannst du Erb-Up-Skills Level 80 machen Zum Beispiel, ich will Woodcutting 80 Könnte jetzt, ähm, ein Holz Oder ein Baum, Leenbaum Level 5 hacken, aber Ich hab grad Schwierigkeiten Ich bekomm nicht mein Level 4 Das dauert sehr lange Wenn ihr übertrieben schnell sein wollt, dann lieber, ähm, Level 2 erstmal Rein, los, schneller Oh, komm, bitte, ey Fail-Aufnahme, ich schmeiß alles weg Nimm mal, willst mich verarschen, jetzt komm Das ist Level 2 Ey, ja, dann hier Level 1 Das war von mir aus, Gott Gott, goddammit, ey Ich bin mal 3, damit ich sofort Irgendwie klarkomme Ähm, ich hab das schon sehr lange nicht mehr gespielt, das tut mir so leid